Das trinken wir heute. Und wir passen aufeinander auf. Wir sind erfahren und erwachsen. Nennst du diese Spaghetti? Köftespieß, weißt du? Mh, wow. Okay. Beruhige mich. Okay. Guten Abend, Frau Kelly. Ich schwöre, ich bin so betrunken. Egal. Okay, Kerl. Heißt du Kelly? Nein. Bist du eine Frau? Nein. Also müssen wir jetzt zu lange gedacht. Ihr habt... Glaubst du, du trinkst zu viel? Das trinken wir heute. Oh mein Gott. Ja. Bist du wirklich die schönste YouTuberin Deutschlands? Nein. Hattest du was mit iBlali im sexuellen Sinne? Nicht, dass ich wüsste. Clear, no. Magst du Mirella? Nein. Oh. Hast du einen Boyfriend und verschweigst du es uns? Nein. Bist du dir da sicher? Nein. Anasex? Ja oder nein? Ja. Ist du dein Popel? Oha! Hattest du schon mal einen festen Freund? Nicht, dass ich wüsste. Und jetzt die letzte Frage. Heißt du Kelly? Nicht, dass ich wüsste. Meiner Meinung nach habe ich immer die Wahrheit gesagt. Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr Erfahrung habt mit Polygraphs. Nennst du diese Spaghetti? Köftespieß, weißt du? Ich bin mal ein bisschen. Vielen Dank.